Ich brauche eine Manoline. Warum? Erzähl ich dir gleich. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Podcast. Die DAW-Versteher melden sich wieder hier aus dem Petersdom der deutschen Mastering-Szene. Direkt aus Holtwig und an meiner Seite mein Freund, die goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. Lieber Jonas, es ist wunderschön, dass du den Weg wieder hier ins schöne Holtwig gefunden hast. Und natürlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf den einschlägigen Plattformen eurer Wahl. Vielleicht könnt ihr uns sehen, vielleicht könnt ihr uns auch nur hören. Und ich darf ganz, ganz herzlich zu meiner Linken, zu eurer Rechten den Herrn begrüßen, der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, quasi das Tonstudio, Lexikon. Ich hab mir was überlegt, die Enzyklopädie Britannica. Achso, ja, da kann ich nie aussprechen. Bleiben wir einfach dabei. Es ist einfach ein wahnsinnig charmanter, gut aussehender junger Mann, nämlich der Jonas Wagner aus Münster extra angereist. Vom Recording-Blog hier für dich, ja, im Recording-Blog. Und falls du das erste Mal dabei sein solltest, wir sind zwei Freunde, die unfassbar gerne über viele Dinge sprechen. Wir sprechen über Musik, über das Leben, über was uns so passiert ist und so weiter. Kaffee. Irgendwann festgestellt, über Kaffee natürlich. Wir haben ja einen schönen Kaffee in der Tasse. Und wir haben uns dann irgendwann überlegt, wir machen das sowieso jede Woche und so ausgiebig. Lass uns doch einen Nerd-Podcast, nenne ich das mal, einen Nischen-Podcast machen zum Thema Audio-Technik, Audio-Recording, sonst was irgendwie. Und das ist der DAW-Versteher-Podcast geworden für alle anderen, die uns natürlich schon etwas länger verfolgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr euren Sonntag oder wann auch immer ihr das hört, hier mit uns gestalten wollt. Und deswegen trinke ich erst mal auf euer Wohl. Genau. Noch mal mit dem feinen Tröpfchen, was wir hier in der Tasse drin haben. Aus Südafrika, Prosit. Ah ja, stimmt. Für alle, die es verpasst haben, sollen sich fragen, warum wir südafrikanischen Kaffee in der Tasse haben, empfehle ich die Woche, die Folge vom letzten Mal. Und wir haben, glaube ich, nächstes Mal haben wir ein Jubiläum hier, nämlich die 50. Folge tatsächlich. Ui, da müssen wir uns aber was umlegen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sonst korrigiere ich das in der nächsten Folge nochmal, 50 Mal haben wir hier schon gesessen und gequasselt um unser Leben. Und jedes Mal fahre ich ja mit dem Auto zu dir und habe währenddessen Zeit einfach mal Musik zu hören, was ich sehr, sehr schätze, weil ich sonst eigentlich fast nicht mehr dazu komme. Eigentlich der Kern unserer Arbeit, ne? Ja, also es gibt ja zwei Arten von Musik hören. Einfach konsumieren oder eben, ich empfehle dann immer da zu hören, wo man natürlich arbeitet, damit man seine Abhöre kennenlernt und weiß, wie professionelle Musik da klingt und so weiter. Da habe ich schon lange und oft drüber gesprochen. Im Auto kann ich aber einfach mal so konsumieren und muss mich weniger auf den Klang konzentrieren als auf die Musik oder das, was da stattfindet. Und da höre ich natürlich gerne Radio Bob, wahrscheinlich viele von euch auch. Radio Bob, das bobbt. Und da kam neulich eine Band, ich habe die Kinder abgeholt vom Sport und sitze im Auto und denke, boah, am ACDC eine neue Scheibe raus. Mann, die klingen aber frisch. Irgendwie, das gibt es doch gar nicht. Und dann gucke ich aufs Display, da steht ja immer, wer dann gerade spielt. Und da gibt es eine Band, die heißt Krokus. Die kenne ich tatsächlich nicht. Und ich habe original gedacht, Bon Scott wäre aus dem Grab wieder aufgestanden. Also die haben so gut zugehört. Krokus, Leute, hört Radio Bob, hört Krokus. Ich dachte, ich drehe durch. Und wir haben im Premium-Bereich eine Rubrik, die heißt, wir hören Musik. Ich sitze vor der Kamera, höre Musik und erzähle, was ich so höre. Entweder über Mix, Arrangement, Struktur, sonst was irgendwie, damit die Leute im Premium-Bereich ein bisschen besser verstehen können, wie ich Musik höre, worauf ich achte währenddessen. Das heißt, ich höre immer nur 10 Sekunden und stopp und erzähle, was ich gehört habe, so ungefähr. Und habe mir jetzt für eine der nächsten Folgen Krokus vorgenommen, weil das war wirklich, also das ist ein Beispiel dafür, wie man eine gute ACDC-Coverband machen kann. Weil ACDC, das unterschätzen ja viele, ist mal nicht eben gespielt. Da kannst du die beste Funkband der Welt sein, aber Highway to Hell ist nochmal eine andere Baustelle. Ja, genau. Viele belächeln ja immer so den Drum-Hahn von ACDC, der Einfachkeit halber sozusagen. Ja, aber Phil Rudd, die Dampfmaschine, also der heißt ja nicht umsonst die Dampfmaschine. Der hat so eine Kippe im Maul früher gehabt. Und dann hat der immer, und hat immer so währenddessen, so wie Lukas, die Lokomotive so ein bisschen abgedampft irgendwie. Aber das hat kein anderer hingekriegt. Ich merke schon wieder, ich komme heute nicht zu Wort. Doch, du kommst zu Wort, weil du hast gerade gesagt, du möchtest über Drum-Recording sprechen. Und das Interessante ist, Ich wollte jetzt seit 10 Minuten, will ich jetzt was sagen. Das Interessante ist, ich höre gar nicht zu, das Interessante ist, als Van Halen ihre ersten Erfolge hatten, Der Bruder von Eddie, der ist ja der Drummer von Van Halen. Und er wurde dann irgendwann gefragt, vom ANR oder von wem auch immer, wurde er gefragt, was er sich für die nächste Platte wünschen. Wenn er jetzt Welthits geschrieben und so weiter, er würde sich gerne den Drum-Sound von ACDC wünschen, hat er gesagt. Und ich meine, mehr Lob geht doch gar nicht. Tatsächlich von Warren Ewert gibt es tatsächlich ein Video über das Recreating the Drum-Sound of Van Halen. Also wie Van Halen ihren Drum-Sound gemacht hat. Okay. Habe ich vor gefühlten 10 Jahren gesehen, dieses Video bei YouTube. Und, was macht das mit dir? Es macht das mit mir, dass ich mich gerade dran erinnere und dass ich das wieder gucken muss, weil ich absolut keine Ahnung mehr habe, was er da erzählt hat. Aber er rennt da in irgendeinem Studio rum und da steht ein Schlagzeug und er erklärt ganz genau, wie die damals aufgenommen haben, mit welchen Mikros und welches Schlagzeug und sowas alles. Aber dann brauchst du ja auch einen Drama, der das so spielen kann. Ja gut, das ist natürlich klar. Sonst nutzt der tollste Raum und die Mikros ja nichts. Ja, macht natürlich schon vieles aus. Wenn du schon mal, sagen wir mal, das gleiche Schlagzeug. Das stimmt, ja. Das muss man natürlich auch wieder... Gleich gestimmt vor allem. Genau, gleich gestimmt. Da ist natürlich der, ich glaube kaum, dass es in den 80er Jahren Aufzeichnungen darüber gab, wie ein Schlagzeug gestimmt ist. Klar, man kann es hören und kann es mit den Ohren abbrechen. Aber es gibt ganz viele Leute, die sich ganz intensiv damit auseinandersetzen. Ich bin ja großer Beatles-Fan und es gibt so dicke Bücher darüber, wann, bei welcher Aufnahme, bei welchem Auftritt, welches Set, welche Gitarre, welche Seite gespielt wurde und so weiter. Gibt es also wirklich da tatsächlich, weil das halt so legendäre Sachen sind, so wissenschaftliche Abhandlungen. Nee, also ich glaube, das Equipment, klar, das Thema Fotos auch von Shows oder aus dem Studio von... Ja, aber die Fälle zum Beispiel. Fälle sieht man ja, aber halt das Tuning, ne? Das ist ja, ob du das... Bei der Gitarre ist klar, wenn die Gitarre verstimmt ist, dann ist es schlecht. Alles andere ist nun mal, E sollte am besten genau E sein und nicht zwei oder fünf Cent zu hoch oder zu tief. Nein, weil tatsächlich habe ich mal daraufhin eine alte AC-DC-Aufnahme gehört und weil bei AC-DC ja ganz klassisch die beiden Brüder Young links und rechts außen gespielt haben, zumindest die Rhythmus-Parts, habe ich bei den frühen Aufnahmen mal drauf geachtet, dass die Gitarren tatsächlich, wenn man sie einzeln abhört, relativ verstimmt sind. Anfang der 70er hat man es anscheinend noch nicht so ganz so ernst genommen mit dem Stimmen oder die Instrumente haben sich schneller verstimmt, weil die Saiten noch nicht so gut waren wie heute. Aber das Ziel war... Aber das Witzige ist, dass die Ergänzung von beiden Gitarren und natürlich, dass sie rhythmisch wirklich absolut tight waren, dass das dann wieder dazu geführt hat, dass es groß und breit klang, ne? Also es war schon... Ja, ich meine jetzt auch eher die Vorgabe, ich sag mal jetzt im Studio, wenn wir jetzt über Recreating the Sound of irgendwas sprechen, dann gehst du ja nicht rein und sagst so, die haben die E-Seite jetzt um fünf Cent nach unten verstimmt und die A-Seite um zwei Cent nach oben. Es geht ja halt mehr darum, dass man eine Ausgangsbasis schafft und da meine ich halt, es gibt... Damals gab es ja noch keine Tools, so wie jetzt irgendwie den TuneBot oder so beim Schlagzeug, wo du dann trommeln auf gewisse... haargenau auf die Nachkommastelle... Wie funktioniert das, TuneBot? Ich habe so ein Mess... so ein Stimmgerät für trommeln, aber da muss man immer rumschieben und dann messen... Du hast diese TensionWatch, das hat ja genau so... Ja genau, so eine Spannung... Von Tama, kann das sein? TensionWatch? Irgendwie sowas, ja, ja. Habe ich tatsächlich noch nie benutzt, ich fand das irgendwie immer total... Die hat den großen Vorteil, dass du die halt auch benutzen kannst, wenn drumherum ein riesen Trara ist und du nichts hören kannst, dann stimmst du einfach auf eine bestimmte Spannung vom Fell. Also die ist natürlich nach Temperatur, auch ein bisschen unabhängig von der Temperatur im Raum, aber zumindest kannst du, ohne das zu hören, die Trommel halbwegs vernünftig stimmen irgendwie. Aber dieser Tuneboard, was macht der dann? Ist das dann automatisch? Du klemmst es an den Spannreifen und du musst das jeweilige Feld, also wenn du jetzt das Schlagfeld zum Beispiel stimmst von der Tom, dann musst du das Resonanzfeld dämpfen. Also du legst es auf den Stuhl und machst eine Decke drunter, wie auch immer und dann klemmst du das an den Spannreifen, am besten immer zwischen zwei Spannschrauben. Angeblich soll das auch an der ganzen Trommel funktionieren. Weiß ich nicht, funktioniert bei mir nicht so gut. Ich mache es immer zwischen zwei Schrauben, stimme die beiden und mache dann weiter. Und der misst tatsächlich einfach die Frequenz. Gehst du dann rum oder gehst du über Kreuz? In dem Fall ist es mehr oder weniger, vermutlich ist es nicht egal, über Kreuz macht schon Sinn, weil natürlich die gegenüberliegenden Schrauben schon einen Einfluss aufeinander nehmen. Aber letzten Endes gehe ich einmal rum und würde dann sowieso nochmal mit ein bisschen Druck das Fell nochmal wieder zentrieren. Wollte ich gerade fragen, ob du da nochmal reindrückst und nochmal alles. Beim neuen Fell musst du das am Anfang machen. Du musst das Fell zentrieren. Umso klarer die Trommel, umso weniger wichtig ist das, umso weniger Einfluss hat es oftmals, hängt auch ganz viel mit dem Schlagzeug zusammen, was für eine Gratung du hast. Also an der Trommel oben ist ja keine gerade Kante, sondern ist ja oftmals eine 45 Grad Gratung. Und was für Fälle du halt hast. Wenn du sehr, sehr dicke, doppellagige Pinstor, wie auch immer mit dieser Luftschicht oder Ölschicht noch dazwischen und so. Aber zentrieren auf jeden Fall. Aber ich mache das auch, wenn ich das jetzt mit dem Tune-Bot stimme und überall dann auf die Nachkommastelle, das kannst du ja alles errechnen, was für ein Ton rauskommen soll aus der Trommel und was für ein Intervall, wenn du jetzt mehrere Toms hast oder so. Oder ob du wenig Resonanz haben willst oder mehr Resonanz. Aber misst der Bot dann auch den Ton, den er hört? Ja. Hört er den Ton? Aber du musst es ja unterscheiden, wenn du jetzt das Ding dran machst, du haust ja nicht in die Mitte von der Trommel, sondern du haust immer direkt... Zwischen die beiden Spannschrauben, ne? Ne, genau, an der Spannschraube. Oder an der Schraube. Genau, du haust direkt dahin. Und am besten nimmst du auch keinen klassischen Drumstick, sondern nimmst irgendwie, ja, einen Soft-Mallet, würde man dazu sagen, einen Paukenschlägel, wie auch immer. Also irgendwas mit einem weichen Kopf, damit du nicht diesen hast, sondern, dass du wirklich den Ton bekommst. Okay. Und diese Frequenz, die dann gemessen wird an der Spannschraube selber, ist eine andere, die errechnet sich dann mit einer speziellen Formel, ist nicht der Grundton der Trommel. Den Grundton der Trommel bekommst du, wenn du in die Mitte haust. Also ist der Grundton der Trommel die Summe dessen, was an den Spannschrauben quasi stattfindet? Summe wäre vielleicht auch verkehrt. Summe ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall zu errechnen. Und das wissen andere Leute besser, die vielleicht mehr Zeit und Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich nehme das als, es ist so an, weil ich weiß, wenn ich jetzt Frequenz XY an der Spannschraube mache, kommt nachher als Grundton Frequenz circa... Nee, nee, nee. Das ist bis auf die Nachkommastelle, kannst du das... Also das heißt, wenn die Band auf 414 jetzt gestimmt ist und die spielt in A, dann kannst du die Trommel auf A stimmen. Genau, wenn das Sinn macht, könnte ich die auf A stimmen. Okay. Ist doch ein Ding. Das ist... Wobei ich sagen muss, dass... Also für Toms finde ich das ganz cool. Ich hatte... Habe jetzt auch wieder ein paar Recallings gemacht und habe mal nach einigen Jahren mal die Tom-Fälle gewechselt tatsächlich. Achso, ich dachte, die Toms endlich mal wieder einzeln abgenommen. Nee, nee. Das mache ich ja immer. Schlag- und Resonanzfeuer getauscht und habe die dann so wie immer nach Gehörer gestimmt. Es gibt verschiedene Techniken, ganz ehrlich. Also es gibt so viele Techniken zum Startzeug stimmen. Es gibt... Leg irgendwas aufs Fell drauf. Das ist eigentlich auch so eine... Idiotensicherheit stimmt jetzt. Wäre ein falsches Wort. Ein Geldbörsentrick oder was ist das? Nee, du kannst zum Beispiel irgendwas zum Beschweren drauflegen. Ja. Und drehst dann... Also auf den Spannreifen, nicht auf das Fell. Achso, okay. Da habe ich mich gerade schon gewundert. Und drehst dann die Schrauben alle handfest. Ja, genau. Dann hast du schon mal eine Basis. Ja, und wenn du dann das Gewicht runter nimmst, hast du ja automatisch... Achso, ja, dann geht das Fell... Nee, warte mal. Da geht der Reifen ja wieder hoch und spannt quasi... Das Fell drückt von unten gegen den Reifen und dann hast du schon eine Grundspannung? Oder was hast du denn? Nee, das Fell drückt ja nicht von unten gegen den Reifen. Der Reifen drückt ja aufs Fell. Der Reifen drückt aufs Fell? Aber das ist egal. Geschenkt. Auf jeden Fall. Genau. Hast du dann schon mal eine Basis. Genau. Du hast aber halt überall die gleiche Spannung dann. Das kann man machen. Du kannst halt einfach damit arbeiten, je nachdem, was du für ein Schlagzeug hast, wenn das gut funktioniert, wenn die Schrauben alle gut funktionieren, gut geölt sind und nicht irgendwo noch so eine Kante ist oder so, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt hier drei Umdrehungen gemacht, dann mache ich da gegenüberliegend auch drei oder zweieinhalb oder wie auch immer und kannst dann nachher einfach hören. Aber selbst das garantiert dir ja nicht, dass du nicht irgendeine Resonanz oder so mit reinnimmst. Und vor allem das Verhältnis... Die Resonanz kommt ja vom Petzl, ne? Die Resonanz kommt von... Ich muss mal kurz mein Telefon ausschalten. Ich bin total unprofessionell, aber irgendwer versucht mich zu erreichen. Das geht jetzt mal gerade nicht. Ich rufe später zurück. Das gibt es ja gar nicht, ey. Das wird zumindest fast 50 Folgen. Du wirst ja so selten angerufen. Ja, ich werde wirklich selten angerufen. Also im Idealfall werde ich selten angerufen. Also du gehst halt selten dran. Ja, genau. Wenn es jetzt im Mikrofon gemacht hat, dann ist das jetzt mein Flugmodus, den ich gerade aktiviere. So, weg damit. Gibt es doch gar nicht. Unglaublich. Die Nerven möchte ich haben, mich anzurufen, während ich einen Podcast aufzeige. Das wissen die Leute doch. Das muss man doch wissen. Das wissen die Leute. Heute ist internationaler Frauentag. Es ist Freitag. Heute ist internationaler Podcasttag. Podcasttag. Damit wollen wir natürlich den internationalen Frauentag nicht schmälern, sondern ganz viel Liebe geht raus an die Damen. Natürlich. Aber ich frage noch mal, wie lange brauchst du dann, wenn du so ein Schlagzeug stimmst? Weil ich sage dir gerade, warum. Du hast, wie viele Trommeln hast du? Du hast einen Standturm, du hast einen Hängeturm, du hast eine Snare. Alle haben jeweils zwei Fälle. Genau. Bassdrum. Hat er auch zwei Fälle. Stimmst du dir auch jedes Mal? Ich stimme sie immer dann, wenn sie nicht mehr klingt. Okay, alles klar. Also wären vier Trommeln. Ich frage, weil ich bin gerade bei Drumeo, einem meiner Lieblingskanäle, bin ich über, also ich bin nicht bei Drumeo über Nick Collins gestolpert, sondern der Sohn von Phil Collins spielt ja schon etwas länger. Ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet irgendwie, aber ich bin bei Drumeo drüber gestolpert, weil er, die haben so eine Rubrik, wo du dann einen Song vorgespielt bekommst und dann, aber ohne Drums und dann muss der Drummer sich überlegen, was er da spielen würde. Ja, kenne ich. Und Nick war halt schon bei Drumeo und dann kommen diese Drummer, kommen ja dann meistens für eine Woche dann zu Drumeo und dann nehmen die einen Kurs auf und nochmal dieses Format und jenes Format und so weiter, ganz viele Formate und da habe ich halt Nick Collins an seinem Schlagzeug gesehen und der ist mit drei Trommeln aber nicht bedient irgendwie. Wenn der einmal durchstimmt, ist der, glaube ich, einen halben Tag beschäftigt, irgendwie bis die Trommeln bis alles genau passt. Aber soll ich dir was sagen? Der stimmt seine Trommeln auch nicht mehr selber. Meinst du, dass er das nicht mehr selber macht? Da bin ich mir sehr sicher, dass er das nicht selber macht. Es gibt auf jeden Fall für alle Leute, die sich vielleicht dafür interessieren oder die sich auch einfach mal gut unterhalten lassen wollen, zwei Videos, also ein Video auf jeden Fall für die Leute, die keine Drummer sind, wo Nick wirklich so einen Jazz-Track vorgespielt bekommt und er sich ausdenken muss, was er dazu spielt, nackig und dann im dritten Durchlauf alles gut und so weit hinkriegt, irgendwie zufrieden ist. Das ist sehr, sehr toll. Er hört den Song vermeintlich zum ersten Mal und soll dann dazu trommeln. Und das andere ist, wo er, ich glaube, das geht fast eine Stunde, so die ikonischsten Drumparts aus den frühen Genesis-Sachen nochmal nachtrommelt, die sein Vater sich ja ausgedacht hat, wo er ja auch mal unterscheiden muss, ob einer das trommeln kann oder ob sich einer das ausgedacht hat. Es sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Voll. Aber der trommelt halt dieses Zeug so unfassbar gut, dass du einfach davor sitzt und denkst, ey, Alter, du bist Anfang 20. Du hast halt aufgesogen mit der vier Millimeter seines Körpers. Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz, muss er ja trotzdem irgendwie ein Talent gehabt haben. Naja, gut, klar. Also mal eben so nur mit Lernen kriegst du das nicht hin. Und das ist wirklich wierig. Unfassbar dann in dem Zusammenhang auch nochmal, auch diese Liebe, die aus ihm rausstrahlt, für seinen Vater nochmal rauszusehen, dass er das einfach super gerne macht, weil er das einfach super gut kann und das Spaß macht. Und wenn du dann hörst, was Phil Collins getrommelt hat, also als Sänger brauchen wir nicht drüber reden irgendwie, das ist Geschmackssache, ne, und seine Songs auch, aber der Trommler, das ist, also es bricht mir dann das Herz, wenn ich Phil jetzt sehe, wie er da nur noch sich kaum noch bewegen kann, seinen Humor nicht verloren hat, alles gut, ne, aber Wahnsinn, was für ein Musiker wirklich. Auf jeden Fall, aber das ist ein cooles Format mit diesen, wo die dann irgendwelche Songs bekommen und nachtrommeln. Teilweise kommen da auch sehr, sehr lustige Sachen dann zustande. Da habe ich auch schon ein paar Dinge gesehen. Das ist übrigens vielleicht für alle Drummer, die uns zuhören oder die einen Drummer kennen, ein Herz für Drummer. Ach. Genau. Ganz cool, auch bei YouTube gibt es mittlerweile super viel Drumless-Tracks, also müsst einfach mal Drumless eingeben. Wo man selber mittrommeln könnte. Genau. Und dann, es gibt, es ist so ein Kanal oder es sind so zwei, drei Kanäle, die da sehr, sehr stark sind, die damit wahrscheinlich auch gutes Geld dann irgendwie machen. Mit Klick oder ohne? Genau, es gibt verschiedene Versionen. Es gibt mit Klick, dann hast du irgendwie immer einen Ablauf, da steht dann irgendwie Strophe oder Verse und dann steht da, du bist jetzt im fünften von acht Takten und sowas, dann steht da, welcher Teil als nächstes kommt und sowas. Und da gibt es wirklich von Lo-Fi, Hip-Hop, 90 BPM bis Pop-Punk, 170 BPM, Jazz, Funk, Soul, Neo-Soul, alles. Richtig cool, ist halt alles so, sagen wir mal, relativ simpel, zusammengeklickte Produktionen, die aber echt ganz cool klingen und wo du einfach mal, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel übe oder spiele, spiele ich einfach viel mit Metronomen, das ist ja auch immer langweilig, du hast ja gewisse Übungen, die du machst, du hast gewisse, man kann sich da in so eine Meditation reinspielen, wenn man das macht. Ja, klar, ich habe mal wieder so ein altes Buch vor kurzem ausgegraben, was ich, keine Ahnung, Rudiments for Beginners. Nee, nee, Rudiments tatsächlich nicht, sondern Masters of Drums heißt es, glaube ich, das sind sehr, sehr viele bekannte Schlagzeuger quasi drin in diesem Buch, die so ihre ikonischsten Drumgroves oder Filz oder keine Ahnung, was dann da auch zeigen und machen und tun und habe dann aber irgendwann festgeschätzt, ja, da muss man irgendwie wieder was trommeln so mit Musik und habe dann einfach mal bei YouTube ganz blöd geschaut und habe gedacht, okay, das Thema hat schon einer weitergedacht. Angebot ist da. Das Thema hat schon mal einer weitergedacht. Da gibt es wirklich Unmengen an Kram und es ist einfach total cool, vor allem halt, du drückst drauf, keine Ahnung, Lo-Fi Hip-Hop 88 BPM D-Minor so heißt der Titel und dann kommt irgendwann der Vorzähler und du weißt ja überhaupt nicht, was passiert. Und du bist dann gezwungen, da kannst du sagen, okay, ich höre mir das erstmal an in die Acht-Takte, guckst du auf den Groove oder gehst halt direkt rein und korrigierst dich dann selber. Aber du weißt ja nicht, wenn du das jetzt zum ersten Mal spielst, wie geht der nächste Teil? Und dann darauf zu reagieren ist so ein bisschen, klar, das was dann kommt ist natürlich statisch, da reagiert keiner auf mich, wie jetzt in einer Jam-Session oder so, aber ich finde es total spannend für einen selber, für den Kopf irgendwie dann zu reagieren, ah, okay, der Bass macht da jetzt, geht da auf die Und und macht das und so und dann einfach zuzuhören und natürlich, das steht fest, daran wird nichts gerüttelt, das ist jetzt keine Proberaumsituation, als wenn wir jetzt irgendwie zusammen jammen würden und du sagst, ah, ja, genau, lass das mal mit der Bassram, so finde ich gut, sondern ich passe mich an, aber es ist total kreativ und cool und es läuft halt, diese Tracks laufen, keine Ahnung, fünf, sechs, vier, fünf, acht Minuten, das läuft einfach durch, du kannst die ein bisschen austoben. Besser als Ruder? Äh, nee, tatsächlich nicht, aber ich bin ja quasi frisch vom Rudergerät hier, finde ich. Ich habe nichts anderes erwartet, dass du hier frisch, gerade der Puls runtergekommen von 160 auf 155. Komm mal, fünf, ja, aber nur, das liegt aber auch daran, dass wir schon wieder Quarkbällchen gegessen haben. Und Kaffee getrunken haben. Das wird natürlich auch wieder nach oben gestellt. Frankfurter Applaus in die linke, in die linke Blutang. Oh, da habe ich vor ein paar Tagen eine Doku drüber gesehen, über das Frankfurter Bahnhofsviertel. Oh Gott, da kannst du auch über das Münsteraner Bahnhofsviertel machen, das ist auch nicht viel besser. Ja, aber ich glaube, noch andere Dimensionen. Aber wenn du sagst, dass du viel Schlagzeug gespielt hast, irgendwelche Erkenntnisse... Ja, voll. Voll. Habe ich gut getriggert, ne? Voll. Also, als hätten wir uns abgesprochen, nein. Haben wir natürlich nicht, aber ich frage trotzdem noch mal, irgendwelche Erkenntnisse. Ja, gut, dass du fragst, Ja, ne? Es begab sich an einem Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr. Naja, tatsächlich, mein Aufnahmeraum hier ist ja relativ klein und kompakt. Trotzdem haben wir da ja auch schon irgendwie, oder hab ich schon und auch mit dir zusammen schon viele Drumrecordings irgendwie gemacht mittlerweile. Klingt ganz okay. Ja, als wir im Dezember die Droom, Snario und die Wurst aufgefüllt haben von Moses Schneider, genau, zum Beispiel, ja. Ja, oder auch damals die Sommer-Sommempfänger beim ersten Mal, dann einmal mit dem Interface, mit diesem UAD, was du getestet hast, Volt. Genau, das Volt und du trommelst ja auch für diverse Mitglieder aus dem Premium-Bereich im Recording-Block zum Beispiel auch, ne? Genau, und also wie gesagt, das ist klar, ist jetzt kein 100 Quadratmeter Aufnahmeraum mit 8 Meter Deckenhöhe. Dass er nicht so klingt, ist ja so. Genau, aber man sagt ja dann immer oder viele sagen immer, ja, wenn du halt nicht so einen tollen Raum hast, ne, du hast ja gestern noch ein Video gemacht, das hab ich heute Morgen beim Frühstücken mir angeguckt. Okay. Das sagst ja auch, wenn der Raum halt nicht so toll ist, lieber ein dynamisches Mikrofon, nicht so weit weg, näher dran, also alles, was den Raum mehr oder weniger ausblendet, ne? Und natürlich ist, wenn der Raum jetzt problematisch ist, ist es mit dem Schlagzeug immer schwierig. Also wenn der Raum, ganz auf gut Deutsch gesagt, scheiße klingt, also wenn es wirklich, wenn du da auf einem Trommel haust und du denkst, ach du jemine, dann wird es schwierig sein, Latte-Echos und den ganzen Kram. Genau, dann wird es schwierig sein, da natürlich gute Aufnahmen zu machen. Das heißt, Raum ausblenden heißt für das Schlagzeug ja, vor allem den Raum möglichst trocken hinzubekommen, aber am besten nicht leblos. Und das ist halt immer die Schwierigkeit da dran, ne? Wenn ich dann, ich war vor kurzem noch bei einem, jemanden, den ich online kennengelernt hab, in einem Studio, auch hier nicht weit weg, der mich eingeladen hat, zum Labern und Käffchen trinken und komme da in den Aufnahmeraum und das ist eine reine Noppenschaum-Hölle. Also wirklich schwarzer Noppenschaum in jeder, also jeder Millimeter der Wand und der Decke. Aber keine Eierkartons. Ne, Eierkartons nicht. Aber wo ich dann auch, wo ich dann auch gesagt hab, ja, ja, aber ja, das hilft ja gut und so. Ich will jetzt auch gar nichts gegen hängen, wenn ich schon wieder, so wie letzte, letzte Folge hab ich sehr viel geranchelt über gewisse Sachen. Naja, ich hab mich einfach nur da hingestellt und hab ein paar Mal in die Hände geklatscht und hab gesagt, hörst du das? Damit bereinigst du kein einziges Flutter-Echo und nix hier drin. Das Einzige, was passiert ist, dass du halt sämtliche Höhen hier kaputt machst. Es klang halt so, ne? Aber es war halt null gedämpft sozusagen. Also die Flutter-Echos waren da, du hattest super starke Resonanzen natürlich in dem Raum, weil gerade natürlich sowieso alles unterhalb von 300 Hertz, ja, da brauchen wir natürlich drüber sprechen, dass so ein 2 cm Noppenschaum, was soll das da machen? So dünn war der dann auch noch. Ja, oder lass es 5 sein, das ist ja egal. Das hat ja zu wenig Substanz. Naja, zurück zum Schlagzeug, das heißt, sagen ja dann immer viele, ja, dann die Close-Mics, also die Mikrofone direkt an den Trommeln, das ist das Wichtige, darauf musst du die stützen, dann, wenn der Raum nicht so toll ist, ja, geht's schon. aber ich hab festgestellt, dass du mit, ich sag jetzt mal, einem Mikrofon, das 1 cm von der Trommel entfernt ist, bekommst du keinen Schlagzeugsound hin. Ja, ein bisschen Luft sollte schon dazwischen sein, wenn es eben geht, also wenn du die Trommel als Ganze wahrnehmen möchtest irgendwie. Ja, auch wenn es 2 cm sind oder 3, aber es gibt ja diese Schwanenhals-Mikrofone, die sind dann so vielleicht 5 oder 10 cm vom Zentrum der Trommel entfernt, die man ja überall so sieht, ich mein, DPA zum Beispiel, unsere Mikrofone sind ja auch von DPA, haben da gerade neue Mikrofone rausgebracht. über den Abstand sozusagen, also die Diskussion über, ob es jetzt 5 oder 10, aber trotzdem ein Schlagzeug, das ist wie mit vielen akustischen Signalen, auch ein Blasinstrument oder ein Streicher, niemand hört eine Trompete aus 5 cm neben dem Schalltrichter. Und wenn da nur ein war. Ja, aber genau, das ist ja dann immer das, wo die versuchen ja, gerade in der Situation Schlagzeug, natürlich, wenn du ein Mikrofon an eine TomTom stellst, möchtest du auf diesen Mikrofon am liebsten TomTom hören und nicht Hi-Hat tonnenweise und weiß ich nicht. Problematik, die daraus entsteht, ist ja, dass wir das Instrument, Schlagzeug ist ja nun mal ein zusammenhängendes Instrument, das ist ja kein, ne, ich spiele Bassdrum in einer Band und ich spiele Hi-Hat in einer Band und ich spiele Schlagzeug in einer Band. Hat's auch schon gegeben, aber... Hat's auch schon gegeben, ja, aber in dem Fall brauchst du ja schon irgendwie den Zusammenhang der Trommel, ne, und da kommen ja dann verschiedene Mikrofone wie die Overheads zutage, dann Raummikrofone und die von Moses Schneider, wie nennt er sie so liebevoll, Charakter-Mikrofone. Charakter-Mikrofone, genau. Dazu haben wir ja die, oder hast du diese Reihe gemacht, wo wir hier recorded haben. Ja, du hast getrommelt. Genau, und ich hab jetzt auch wieder festgestellt, ich hab in, ähm, mein Setup, wie du schon gesagt hast, Bassdrum, zwei Toms, Snare, Hi-Hat, ähm, zwei Crashbecken und ein Ridebecken. Das war das Setup, mit dem ich jetzt, ganz Standard war, war so eine Standard, äh, was ist Standard, war so eine Deutschrock-Nummer, ne, relativ straight, ähm, Balladen-mäßig so, ne, die ich da getrommelt hatte. Ähm, und hab aber irgendwie, so, ja, okay, fängst du mal mit den, mit den Close-Mikes an, so, schaust mal, dass die Signale sauber sind, aber ganz ehrlich, wie klingt ne Snare, wenn du halt ein SM-57, äh, im Abstand von 3,9 cm hinstellst, wie ne Snare halt? 3,8 ist aber, empfohlen. Ja, hab ich aber bei YouTube anders gelernt. Äh, wie klingt die halt wie ne Snare mit dem SM-57, so, ne, klar, kann man, ob sie jetzt tief gestimmt ist, hoch gestimmt ist, mehr zum Rand, mehr zur Mitte, klar, also das macht natürlich alles einen Unterschied, aber es bleibt halt ne Snare, so, äh, bei den Toms genauso, wenn, wenn die Toms nicht gut gestimmt sind, klingen sie nicht gut, egal, ob du was für Mikro da hinstellst, so, bei mir, äh, sind die, die Vintage, äh, 421, MD 421 N, Tuchel-Stecker, hab ich auch, Tuchel geht ja dann im Sommer, Pickpack-Bau, der war zu schlecht jetzt, Tuchel geht ja im Sommer, ich weiß ja nicht, ob er dann meine Mikros macht, oh Gott, den hab ich gar nicht verknüpft, okay, alles klar, oh Gott, der war so bitter versteckt, alles klar, ja, genau, ich hab auch Tuchel-Stecker, die hab ich immer nicht ausgetauscht, nicht so wie der FC Bayern, der seinen Tuchel austauscht, hab ich's jetzt erzählt? Es gibt ein, äh, Witze soll nicht erklärt werden, es gibt ein Riss zwischen dem gesamten Schlagzeug und den Tuchel-Mikrofon, äh, naja, vielleicht liegt das an der Motivation unter einem, interners aus dem Aufnahmeraum, vielleicht sind die XLRs besser bezahlt als die Tuchels, äh, naja, ich hab auf jeden Fall die ganzen Mikros an die Trommel und so gestellt, Bass-Rahmen, äh, hier deine Grenzfläche rein, alles cool, so, und dann hab ich gedacht, okay, Overhead, ich hab schon verschiedene Sachen gemacht, Spaced, also einfach zwei Mikrofone dahin, wo sie irgendwie sinnvoll stehen, ähm, viele sagen ja auch, naja, Overhead- oder Becken-Mikrofone, ne, umso härter die Musik, vor allem dann Metal und so, tendiert man ja eher dazu, wirklich einfach an jedes Becken ein Mikrofon zu stellen, ähm, an einer Stelle, wo es immer... Du klinkst die Musik dann auch teilweise. Naja, klar, aber du willst ja dann wirklich die, die Macht darüber haben, dieses Scheiner-Becken jetzt einfach leiser oder lauter zu machen oder dieses Splash oder, oder was auch immer. Ohne, dass es sich näher durchbrennt. Genau, und, ähm, ja, klar, mit den ganzen Samples und so ist natürlich dann da, wenn du auf den Overheads halt die ganzen Trommeln so stark drauf hast, dann hast du da nicht immer mitgewonnen unbedingt, ne? Und ich wollte aber so eine Mischung haben. Ich wollte schon die Möglichkeit haben, dass der Produzent da mit Samples auch arbeiten kann und auch, ähm, nicht so viel drin hat. Aber ich wollte auch, was mir immer ganz wichtig ist, eine gute Monokompatibilität haben bei den Overheads. Ja. Und, ähm, also wie hast du sie aufgestellt? Genau, hab dann ein bisschen getestet, ähm, und hab am Ende, ähm, zwei verschiedene Setups aufgenommen. Einmal ORTF. Mhm. Das ist ja so mein Favorit, äh, als Stereo-Mikrofonierung, vor allem eben für Orchester, Chöre oder so Ensemble-Geschichten. Ja. Ähm, und es gibt da noch XY und XY ist ja die absolute Monokompatibilitätswaffe bei Stereo-Mikrofonierung. Ja, weil die Mikrofone einfach an derselben Position über dem Schlagzeug stehen und von da aus deinen Blickwinkel ändern. Richtig. Deswegen hast du kein superbreites Schlagzeugbild an der Stelle, kannst du aber natürlich künstlich erzeugen, wenn du das möchtest. Ähm, hast aber wirklich, wie gesagt, eine super Monokompatibilität, wenn du halt aufpasst, dass du deine Mikrofone auch wirklich direkt über der Snare hast, ne? Oder so auf der Achse Snare und Bass drum. Ja. Ähm, hab mich dann dafür entschieden tatsächlich am Ende und hab dann gedacht, okay, mit den Overheads kann man jetzt schon mal arbeiten. Wie gesagt, mein Raum ist nicht mega hoch. Das heißt, du hast schon immer noch eine gewisse Nähe aus dem Schlagzeug. Aber, Entschuldigung, hast du dich dafür entschieden und dann gesagt, ist so, oder hast du dich entschieden, weil du Probeaufnahmen gemacht hast? Ja, ja, klar. Ja, ja, so klar ist das für viele Leute nicht. Die sagen, ja, was machen wir, XY, AB groß, sonst was irgendwie, keine Ahnung, komm, wir mal XY und zack, Aufnahme. Ohne vorher zu überprüfen. Ja, ich hab jetzt Spaced Pair, hab ich jetzt nicht probiert, weil das muss ja wieder klingen, das hab ich vorher lange gemacht. Auch dann tatsächlich mit dem Trick zu schauen, dass die Mikros beide von der Snare gleich weit weg sind. Das macht schon Sinn, das zu machen, finde ich. Nee, und hab dann gedacht, okay, ORTF oder XY. Hab die beiden Varianten getestet mit einer Stereo-Schiene, hab das aufgebaut und hab's mir dann einfach mal angehört. Was besser kommt, ORTF ist deutlich breiter, aber ich glaube, ORTF wäre cooler, wenn der Raum höher wäre, weil du dann mit den Mikros auch höher kommst, weil du hast ja diesen Abstand, weiß nicht, ORTF sagt vielleicht auch nicht jedem was, muss auch nicht unbedingt, wenn's interessiert, der kann das ja auch googeln. Das ist im Prinzip, sind's auch zwei, zwei Niere-Mikrofone, klassischerweise nimmst du dafür halt irgendwie so ein Stäbchen-Kondensator, Neumann, keinem 184 oder so. Die sind 17 Zentimeter auseinander, die beiden Kapseln. Und mit einem bestimmten Winkel. Genau, mit einem Öffnungswinkel von 110 Grad zueinander. Dadurch ergibt sich schon ein sehr breites Bild. Also du musst ja mal sehen, diese 17 Zentimeter mit 110 Grad Öffnungswinkel, wenn du jetzt, sagen wir mal, nur einen Meter über dem Schlagzeug bist, dann bist du schon eher, dann zeigen die Mikros schon auch meistens, außer du hast jetzt 18 Toms und Fizzpicken. Ich sag nur die Collins. Ja, genau. Dann zeigen die schon fast neben dem Schlagzeug her. Und deswegen, ich glaub, das war das Problem, dass mir das einfach zu weit wurde. Gibt es denn hier noch eine Variante von ORTF, wo der Winkel dann, der Abstand ist ähnlich, aber wo der Winkel noch ein bisschen anders gewählt ist? Es gibt noch dieses NOS. Ja, irgendwie sowas. Ich hab da irgendwas im Kopf wo noch ein anderer Winkel ist irgendwie geschenkt. Ja, letztendlich hab ich XY gemacht, bin da super gut mit gefahren. Auch da wieder, man redet ja immer so viel über Phasendrehen und so, bei Snare von oben, von unten. Ich hab tatsächlich das abgehört dann hier und hab festgestellt, irgendwie klingt das total komisch. Verliert total den Druck. Ey, ich bin doch genau im Mittag wie bei der Snare XY. Und? Ich hab einfach nur die Phase von den Overheads gedreht, also von beiden. Von beiden? Von beiden. Und alles war, alles war taco. Also du hättest theoretisch auch die Phase vom Snare und den Toms und allen drehen, ja gut, geschenkt. Wo du die Phase dreht, man muss sich ja nur entscheiden. Genau. Ne? So. Man muss sich ja nur entscheiden. Da hättest du ja wieder, bei der Snare hättest du ja wieder das Problem gehabt mit Top und Bottom zueinander. Ja. Deswegen war es so einfacher, einfach nur die Phase der Overheads zu drehen und schon hast du den Sound. So, da waren wir schon mal ein gutes Stück weiter oder war ich schon mal ein gutes Stück weiter. Das war so ein Aha-Effekt, ne? Wenn man die Phase dreht und plötzlich denkst du, ah, das war das, was ich wollte. Voll unterschätzt, ne? Ich glaube, deswegen gibt es diesen Knopf auch immer noch an allen Pulten und an allen Interfaces eigentlich. Und selbst wenn du die Eingangselemente bei Studio One aktivierst, sitzt da auf jeden Fall ganz oben auf dem Top sitzt der Phasendreher. Ja, genau. Also das ist schon unterschätzt, gerade so halt so, immer wenn du mehr Spuraufnahmen machst, einfach mal gucken, nur schauen, was passiert. Muss ja nicht so bleiben, aber schauen, was passiert. Naja, und dann, da war es schon mal cool, hat mir aber irgendwie immer noch nicht so gereicht als Sound und da habe ich die Wurst wieder aufgebaut. Natürlich. Ne? Schönes SM57. Falls du nicht weißt, was damit gemeint ist, Wurst, dann schau mal bei den YouTube-Videos, da gibt es mittlerweile schon zwei Videos zur Wurst bei mir. Ja, das letzte ist besser, da habe ich getrommelt. Ja, ganz genau, wollte ich auch gerade sagen. So, wo war mich denn über die Wurst? Wurst. Ja, die Wurst, natürlich perfekt aufgestellt, ist ja klar. Natürlich. Also mit rein in das Schlagzeug, passt. Genau, Abstand zu allen Trommeln, am besten gleich. Ja. Tatsächlich, ne? Das sagt ja der Moses, macht natürlich auch einen Sinn. Also von SM57 zu Bassdrum Bita, wo der Schlegel draufhaut, auf die Trommelte. Mitte Toms und Mitte Snare, ungefähr. Passt du bei mir nicht ganz, ich habe mich dann dafür entschieden. Ist aber auch schwer bei einem Schlagzeug. Ja, genau, das ist perfekt, aber tatsächlich dann doch möglichst perfekt zwischen Bassdrum und Snare hinzustellen, weil das ist mir schon am wichtigsten, weil du nun mal bei Rockmusik in jedem Takt mindestens mal zwei Bassdrum und zwei Snare Schläge hast. Das heißt, da will ich dann schon, dass das schön passt. Das war wundervoll, das Ergebnis. Wirklich super, super cool. Also, ich rekapituliere nochmal kurz, während du weitererzählst, Overheads und Wurst zusammen war schon gut. Ne, mit den Closed. Oder waren die Stützen schon dazu? Genau, die Stützen waren schon dazu. Das war so erstmal die Grundvoraussetzung für mich, dass ich da saubere, gute Signale kriege. Und hast du die Wurst zerstört oder hast du sie erstmal nur einfach dazugeschoben? Ich hab sie erstmal einfach nur dazugeschoben und hab mit einem Highshelf ordentlich rausgenommen aus den Höhen, damit das ganze Geschepper von dem Becken da gar nicht so reinkommt. Und hab dann, hab dann, glaube ich, einfach einen Stockkompressor drauf gemacht, der da erstmal ein bisschen arbeitet. Aber jetzt nicht komplett distortisch. Oder auch nicht gegatet. Oder sowas erstmal nicht. Ich wollte erstmal nur schauen, was kriege ich da für ein Signal. Und dann kam mir noch die wunderbare Idee, ein Raummikrofon hinzustellen. Was natürlich in einem kleinen Raum, und jetzt sind wir natürlich beim Thema, macht halt überhaupt keinen Sinn, ein Raummikrofon hinzustellen. Wenn der Raum schlecht klingt. Oder wenn der Raum sehr, sehr klein ist. Weil dann kriegst du einen klein klingenden Raum. Ja, genau. Du nimmst das auf, wo du aufnimmst. Ja, so. Und da gibt's jetzt halt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, oder drei. Entweder du lässt es, machst keinen Raum, ein Mikrofon und machst halt einen künstlichen Raum. Und du das dann mit hier, wie heißt das, UAD-Plugin? Ich benutze das Ocean Way-Studio. Ansonsten packst du halt einen Hall drauf, einen Hall-Plugin. Dann hast du ja auch diese Rooms. Drum Room, haben die meistens schon mal gelesen. Irgendwas Kurzes. Ambience Room, wie auch immer. So was drauf. Gibt's übrigens auch den John Bonham. Also das ist dann der Flur. Ja, genau. Ja, das ist dann quasi das, was ich gemacht hab. Also Aufnahmeraum, Tür auf, Regie, Tür auf. Ach so, okay. Der Flur. Oben mit einem Galgenstativ kommt da mitten in den Flur eine Kugel. Ja. KM 183 von Neumann. Reicht dann übrigens auch in Mono. Genau, reicht völlig in Mono. Wenn du das Stereo haben willst, kannst du dir ja Stereo rausbauen. Wird egal. Da brauchen wir dann auch nicht mehr über Phase sprechen oder so. Nein. Und das ist mega cool, weil du hast natürlich, keine Ahnung, so Meter Türen, wo der Schall dann ja schon irgendwie, sagen wir mal, so ein bisschen säulenartig, tunnelmäßig so durchkommt. Bis er im Flur landet, genau. Bis er erst mal da ist und dann da natürlich in alle Himmelsrichtungen. Das heißt gefühlt von der Base Jump bis zum Mikro locker 10 Meter. Ja, nicht ganz. Also schon ein tüchtiges Pre-Delay, was du dann quasi dadurch schon kriegst. Das ist schon wirklich mega geil. Also einfach nur Mikro da mitten in den Flur als Kugel gemacht. Richtig cool. Da auch nur, ich glaube, ich habe dann da einen Low-Card drauf gemacht, irgendwie damit so das ganz tiefe Gerumpel da jetzt irgendwie keinen Ausschlag gibt, aber auch irgendwie bei 80 oder so. Und damit man die an die Tür wummernden Nachbarn nicht hört. Dumm, 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 dumm. Bist du wahnsinnig? Die freuen sich ja immer, wenn hier was los ist. Ja, und das waren dann auch schon alle Mikros, oder alle Kanäle, die ich benutze. Aber da ist mir erst mal wieder bewusst geworden, dass wenn du ein tolles Mikro an eine tolle Klinge Snare oder Tom-Tom stellst oder in die Bassdrum, die super gestimmt ist und super gedämpft ist und super alles, dass du dann nachher trotzdem keinen tollen Drum-Sound rausbekommst. Nicht automatisch, nee. Also, das wird schon schwer, das dann künstlich hinzuzufügen. Ja. Also zumindest genau diesen Effekt, den du dann damit erreichst. Das heißt, der Aufwand, den ich jetzt betrieben habe, der war jetzt ja nicht riesengroß. Also das war jetzt ja völlig überschaubar. Das waren insgesamt neun Mikrofone, die benutzt wurden. Also in der Bassdrum eine Grenzfläche von Shure, wie heißt die, Beta 91, glaube ich, ne? 52A, 51A, sowas irgendwie, ja. Eine Grenzfläche. So. Ein SM57 an der Snare oben, dann dein geiles AKG C414 als Bottom unter der Snare, die beiden Toms mit einem Sennheiser MD421N. Aber in Musikeinstellungen, nicht den Low-Card reingedreht, sondern, hast du den Schalter noch? Da ist hinten so ein T-Gee da dran. Auf M, genau. M für Musik. Musik und Sprache, genau. Nicht MS, ich dachte auch, bitte Seite. Nein, nein, natürlich nicht. Musik und Sprache. Mono-Mikrofon, bitte Seite. Und dann, Overheads sind KM 184 Neumann in XY. Die Wurst ist natürlich ein SM57. Aber hallo. Und dann gibt es halt noch den Raum, diese Kugel KM 183 von Neumann. Würde jede andere Kugel aber auch gehen. Ja. Der Ehrenhalber sagen, das muss jetzt kein Neumann-Mikrofon sein. Muss man schon sagen, das ist natürlich schon ein tolles Ding. Ich habe auch davon ein Pärchen jetzt nicht, weil ich damit hier ein Flurraummikrofon mache, sondern weil ich damit halt klassische... Teuerste Flur der Welt. Weil ich damit halt klassische Aufnahmen mache, in Kirchen oder in Konzertsälen oder sowas. Oder früher viel mehr. Viel gemacht haben mittlerweile fast gar nicht mehr. Da sind die schon toll, die sind schon sehr neutral. Aber mit dem neuen Mikrofon und ganz wenig, ich habe wirklich in der DAW, ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, zwei, drei Plugins wirklich nur gehabt. Ich finde das dann so faszinierend, dass das dann tatsächlich zusammenkommt. Also wenn ich meine Drums zum Beispiel mische, dann schiebe ich Bassdrum und Snare, mache ich mir kurz lecker und dann schiebe ich sofort die Overheads dazu und eigentlich bin ich dann schon da. Der Rest ist dann quasi noch Puderzucker oben drauf. Ich finde diesen Moment dann immer so magisch, wenn du dann die Overheads, ich weiß nicht, wie du vorgehst, aber wenn du die Overheads dazustehst und plötzlich... Ah, weil letztendlich, wenn du es optisch übertragen würdest, die Mikrofone an den Trommeln sind ja im Prinzip eine Lupe und die Overheads sind quasi der Fotoapparat, der das ganze Schlagzeug, das ganze Instrument ablichtet, optisch gerät und akustisch natürlich auch. Das Problem ist halt nur, dass viele quasi nicht das ganze Bild zeigen können oder wollen, weil sie vielleicht, weil der Raum es vielleicht nicht hergibt oder vielleicht auch einfach, ich habe das schon oft erlebt, auch mit, gerade auch mit Live-Technikern oder auch in anderen Studios, dass Overheads und sowas ist immer so, ja, Becken hört man sowieso immer. Ja, die hängen da irgendwie drüber. Genau, also gerade auch live immer, ja, Becken hört man sowieso immer. Ja, mit Sicherheit ist, wenn ich jetzt in einem 200er-Club spiele und jetzt irgendwie Punkrock mache oder sowas, da muss man sich vermutlich relativ wenig Sorgen machen, dass die Hi-Hat da nicht zu hören ist oder so. Oftmals der Fall. Aber wenn ich eben Kontrolle darüber haben möchte, ja, und da sind wir ja wieder beim Thema, natürlich kannst du ein Schlagzeug auch mit vier Mikros oder weiß ich nicht, was du schon gezeigt hast, zwei Mikros aufnehmen. Recorder-Man zwei. Zwei. Aber du hast halt keine Kontrolle. Nee. Du kannst nachher nicht sagen, dieser Tom-Schlag bei eine Minute 35, der muss lauter. Ja. Oder dieses Fill soll einfach jetzt mal lauter sein. Klar kannst du da irgendwie mit lustiger Automation spielen, aber dann verschiebt sich ja auch wieder alles in dem Moment. Und es geht ja letzten Endes, finde ich, vor allem darum, also in der heutigen Zeit bin ich der Meinung, dass man schon bei den Aufnahmen letzten Endes die volle Kontrolle behalten sollte. Außer du bist wirklich in einem Prozess, in einem Kreativprozess, wo du sagst, oh, à la Moses Schneider, boah geil, ich hab jetzt hier dieses Distortion-Pedal und keine Ahnung, übrigens das Kabel ist auch falsch verpolt, irgendwie, da haben wir doch eine Phasenschweinerei, ist egal, klingt aber genauso, wie ich das haben will. Wir nehmen das so auf. Wir haben uns ja... Und darfst du nur hinterher nicht mehr weinen, wenn es dann doch nicht mehr passt. Das ist ja das Problem, was ich immer denke, wenn man die Möglichkeit hat, etwas aufzunehmen und es womöglich, Beispiel jetzt die Wurst, oh, ich hab hier einen schönen Hardware-Kompressor, keine Ahnung, ich schick das mal da durch und mach das schon mal richtig kaputt, aber man dann nachher feststellt, oh ja, bin ich doch ein bisschen drüber gegangen oder die Regelzeiten waren vielleicht nicht so cool, das Release war nicht passend oder so, das atmet nicht richtig. Ja, oder tatsächlich passt das aus Versehen nicht zum Tempo. Meines Erachtens. So, dann hast du natürlich nachher das Problem. Deswegen finde ich das total charmant, Lösungen, so wie jetzt auf, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, glaube ich auch, Habitage Audio, mit diesem Interface, so diese Lösung, zu sagen, man nimmt ein Signal bearbeitet auf, natürlich dann in dem Fall mit Plugins, ja, und das Ganze aber eben auch nochmal unbearbeitet. Parallel nochmal unbearbeitet. Es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, das zu tun, nicht nur virtuell, sondern es gibt es natürlich auch physisch, du kannst natürlich einfach sagen, ich dupliziere meine Eingänge. Ja, aber da musst du über das Filter dazwischenhauen, irgendwie, dann brauchst du so viele Eingänge und so weiter inzwischen, charmant, wenn das im Interface laufen kann. wenn du dann sagen kannst, ich habe hier DSP, keine Ahnung, jetzt einen Kompressor und einen Distortion oder einen EQ oder einen Kompressor, ich kann das aber auch nochmal ohne aufnehmen. Ja. Nur um sicherzugehen, dass wenn ich irgendwas ändern möchte, dass ich das dann auch machen kann. Da werden mir jetzt wahrscheinlich viele widersprechen, oder viele sagen, ja, aber wenn ich mich festlege, finde ich total geil, wenn Leute sich festlegen auf den Sound. Das Problem ist nur, das sagen oftmals die Leute, die unendlich Ressourcen haben, das heißt, die, sagen wir mal, sehr viel Zeit haben, weil es eben ihr gern gelebtes, geliebtes Hobby ist, wo sie sowieso jeden Tag zwei Stunden, drei Stunden mit verbringen können, sie haben keinen Druck, der Song muss dann fertig oder die Dramspuren müssen dann fertig und sind meistens in der komfortablen Lage, eben dafür keine zusätzlichen Kosten zu haben. Das heißt, sie sitzen in ihrem eigenen Studio, sie sitzen bei sich zu Hause, können experimentieren. Ich sehe, ich sehe das immer auch aus dem Ansatz, heraus, natürlich spiele ich gerne Schlagzeug und ich experimentiere auch gerne, aber am Ende des Tages, wenn jemand mir den Auftrag erteilt, bitte spiele für meinen Song Schlagzeug ein, hier ist eine Vorlage, so möchte ich das gerne haben, dann muss ich natürlich auch irgendwie wirtschaftlich denken und muss natürlich auch sehen, okay, ich möchte das Ergebnis in einer gewissen Anzahl von Stunden oder Tagen, wie auch immer, erreichen. Ja. und das heißt ja nicht, dass man nicht das Bestmögliche rausholen will, aber das eben, dass ich besser sagen kann, ich nehme jetzt die Wurst erstmal komplett clean, alle Signale, die ich hier aufnehme, gehen einfach nur durch den Priam, einfach nur ganz clean, da ist keine Röhrensättigung, auch wenn ich das könnte und keine Ahnung drauf, sondern es ist einfach ganz clean und alles, was danach kommt, entscheidet sowieso nicht ich, sondern es entscheidet dann derjenige, der es produziert. Ich ergänze aber noch eine Gruppe, das gibt auch die Leute, die eine ganz klare Vorstellung von dem Sound haben, also die dann auch ganz klar sagen, was weiß ich, wir nehmen ein lockeres Bluesalbum auf und dann möchte ich auch tatsächlich sagen, okay, nix Kontrolle, wir bauen tatsächlich klassisch Recorder-Man auf irgendwie, mehr will ich nicht, ich will, dass das genauso klingt, die hören sich das kurz an beim Trommeln, so soll das bleiben und dann ist Ende, Ende. Das hat ja natürlich auch Vorteile, dass du dadurch, dass du die große Welt der Optionen eben nicht aufmachst, dass du dann auch sagst, okay, ich beschränke meine Möglichkeiten und dadurch bin ich dann aber auch in dieser Richtung dann vorgegeben. Und dann, wenn du auch derjenige bist, der es entscheidet, wie es klingen soll. Absolut, absolut, wenn du dann hinterher die große Welt der Optionen für den nächsten Mix-Ingenieur offen halten musst, irgendwie, dann ist natürlich die Variante eine ganz andere, dass man dann auch anders aufmacht. Fühle ich dann auch schöner. Ja, genau. Und um auf die Mikrofone bei dir im Flur zu kommen, im Prinzipalstudio hängen ja auch zwei C414 im Flur tatsächlich und die sind sogar doppelt so weit entfernt vom Schlagzeug, die auch fest verdrahtet sind, immer Kabel dran, immer so, die die sofort nutzen können. By the way, By the way, C414, ja, mein C414 EB ist bei dir unter der Snare, da würden andere sich die linken Arm abhacken für dieses Mikrofon, aber bei dir ist es unter der Snare. Du magst es halt nicht. Ich mag es halt tatsächlich nicht, aber ich habe es und so verkaufen wir es auch zu schaden. Und da freue ich mich, dass es eingesetzt wird. Aber ab und zu Prinzipalstudio, ich habe nämlich diese Woche mit Vincent gesprochen vom Prinzipalstudio und habe nochmal abgecheckt, ob unsere Termine jetzt auch wirklich stehen und ja, letztes Wochenende im August und Anfang, das erste Wochenende dann im September. Das sind unsere beiden großen Mix-Wochenenden. Yay! Tatsächlich demnächst. Ich gebe raus, wann es soweit ist. Wenn du es nicht verpassen möchtest, dabei sein möchtest, dann kannst du dich eintragen in den Newsletter unter recording-blog.com. Da gibt es einen Hinweis auf den Newsletter. Da kannst du dich eintragen und da werden alle Leute informiert, die sich dafür interessieren. Und das Tolle bei der Homepage ist übrigens, ich gehe jetzt mal so ein bisschen weg von Drums, weil wir haben jetzt schon eine ganze Menge über Drums gesprochen, Aber es ist auch ein wichtiges Thema. Ja, es ist wirklich sehr wichtig. Ich wollte nur erwähnen, womit ich meine Zeit läufig verbracht habe, denn die Recording-Blog-Homepage ist tatsächlich umgezogen, jetzt endlich, auf einen wirklich potenten Server. Und man glaubt ja gar nicht, was das für ein Komfortgewinn ist. Irgendwie, wenn man auf einen Link draufklickt und dann macht das Puff und dann ist er sofort da. Ich hatte mich da so dran gewöhnt, dass die Seite halt, ja, die plätschert halt so vor sich hin. Es ist halt eine gemütliche Seite irgendwie. Aber wenn du jetzt da im Premium-Bereich rumklickst irgendwie, das ist, vorher war das so, man hat halt gar keine, oder ich persönlich, ich habe gar keine Lust gehabt, drin rumzuzappen, weil du klickst auf einen Link und kannst dir schon mal einen Kaffee holen und wartest und dann weiter. Ich meine, der Content ist super, der da drin ist. Ich muss es sagen, ich habe es ja gemacht, aber ich finde es wirklich super. Aber du hast halt irgendwie, Zappen war halt nicht möglich und jetzt ist es tatsächlich möglich. Du kannst dich durch die einzelnen Kurse, Tutorials durchzappen, ah, mal eben kurz hier schnell in die Drums rein, wupp, 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 wupp und es ist wirklich faszinierend, was das ausmacht und ich habe mir selbst auf die Hand gehauen und gesagt, warum bist du so doof und hast das nicht schon vor drei Jahren gemacht irgendwie, aber man lernt ja nie aus. Deswegen alle Leute, die Bock haben, mal im Recording-Block zu stöbern, geht auf die Seite drauf, klickt euch mal durch und schreibt mir mal eure Erfahrungen. Tatsächlich, die E-Mail-Adressen sind natürlich geblieben, also wenn ihr mit uns Kontakt hier aufnehmen wollt, über info at drw-versteher.de mit oder ohne Minus, könnt ihr euch ausdenken, erreicht ihr uns auf jeden Fall, könnt uns Fragen stellen oder Anregungen für das nächste Thema. Schwerpunktthema heute war ja anscheinend Drums. Quarkbällchen war heute. Quarkbällchen, aber wir haben ja über ein Thema auch noch gar nicht gesprochen. Du meinst unsere wunderschöne Rubrik mit dem Titel Plug-in-Blueser in der wir ja regelmäßig über Plug-ins sprechen, die unseren Alltag beeinflussen. Wie der Name schon sagt. Naja, Plug-In-Fluencer halt, aber ich habe tatsächlich überlegt auf dem Weg hierher, über welches Plug-In ich diese Woche sprechen könnte und ich war eigentlich, weil ich das jetzt ein paar Mal eingesetzt habe, gibt es demnächst auch ein Video zu, warum ich das eingesetzt habe, beim Thema Vocal Tuning und gar nicht Auto-Tune, sondern Vocal Tuning insgesamt. Aber du hast einen viel besseren Vorschlag gemacht, den es sehr gut gefallen hat. Deswegen unser Thema ist? Total. Analog Obsession. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, also als Randnotiz, also nicht als Plug-In-Fluencer-Rubrik. Genau, Analog Obsession, dahinter steckt ein, oh je, ich glaube Slowene oder sowas ist er, oder Slowakei. Auf jeden Fall kommt er aus dem östlichen Teil, also von uns aus gesehen östlichen Teil der Welt. Ist im positivsten Sinne ein totaler Nerd, was Programmieren uns was angeht. Und ein echter Menschenfreund. Ein echter Menschenfreund, weil ihr könnt mal auf, ich glaube, analogobsession.com gehen und findet dort, müsste ich jetzt auch nachschauen, sehr, sehr viele Plug-Ins, die alle komplett kostenlos euch zur Verfügung gestellt werden. Man darf natürlich Geld geben. Genau, über Patreon gibt es ja die Möglichkeit, Geld zu geben, Geld zu spenden für die ganze Geschichte. Und man muss dazu sagen, alle seine Plug-Ins, die er da macht, meines Wissens, sind Emulationen von analogen Geräten. Ja, und der Name ist Programm, Analog Obsession. Er ist also wirklich erarbeitet obsessiv daran, guten Sound hinzukriegen. Und es gibt nicht wenige Leute im Markt, die sagen, dass das mit die best klingenden Plug-Ins auf dem Markt sind, obwohl sie kostenlos sind oder vielleicht weil sie kostenlos sind, ich weiß es nicht. Aber genau das ist das Thema. Es geht heute in der Rubrik um den BXQ von Analog Obsession. Also ein Backsender Equalizer. Genau, ein Backsender Equalizer. Wir kennen ja viele Plug-Ins, die das machen. Wir haben auch vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal über den Coral Baxter gesprochen. Den ihr übrigens gerade auch hört, denn der Coral Baxter EQ ist tatsächlich immer auf meinen Stimmen drauf hier im Podcast. Das ist ja im Prinzip die Variante von Acoustica Audio. Ja. Acoustica Audio hat ja auch keine Lizenzrechte für ihre Plug-Ins, also für die Original-Namen. Genauso ist es natürlich bei Analog Obsession. Ja, deswegen heißt der nicht BAX, sondern der heißt BXQ in dem Fall. Ja, es gibt aber auch aber es gibt ja auch von der Plug-In Alliance gibt es ja auch eine Version von Dangerous Music. Das ist von Dangerous Music. Die haben aber den BAX EQ tatsächlich. Genau. Der heißt bei denen BAX EQ. Das ist der BAX EQ, genau. Das ist dann das lizenzierte Ding. Den besitze ich. Ich besitze natürlich den Coral Baxter von Acoustica Audio. Als Plug-In. Genau. Nicht als Hardware. Nee, ich habe ja hier einen anderen BAX EQ. Ja, okay. Den G-Rough Audio aus dem hohen Norden. Genau. Noch im Rack. Noch im Rack? Was heißt das? Noch. Wir werden sehen. Okay. Demnächst mehr dazu. Ich brauchte, oder was heißt ich brauchte, ich wollte gerne einen BAX EQ einsetzen bei einer Session und ich liebe es, BAX EQs in Mitte Seite zu benutzen. Total gerne. Weil gerade diese, also wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, ein BAX EQ, hast du schon mal ein Video gemacht? So richtig? So ein richtiges BAX EQ? Nee, so ein richtiges BAX EQ Video habe ich, ich habe den Coral Baxter schon mal einmal als eins von fünf Plugins kostenfrei, einen super duper Plugins, die man haben muss, vorgestellt. Wir haben das zusammen. Ja, vielleicht sogar mit dir zusammen, ich erinnere mich. Top fünf Mastering Plugins. Stimmt, da hast du es vorgestellt, genau, dann war ich das gar nicht, dann warst du das. Irgendwie sowas, ne? Ja. Boah, ich weiß noch, ich erinnere mich gerade an das Video zurück, was wir da alles verkackt haben bei dem Video. Weißt du das noch? Mit der Bildschirmaufnahme, wo du dann den Bildschirm nachher nachbauen aus der Kamera, die von hinten kam. Also ganz kurz, da müssen wir kurz einlenken jetzt. Das ist ja ein wichtiges Thema. Es war noch aufwendiger, ich habe tatsächlich den Bildschirm nochmal genau so nachgebaut, dein Audio-File nochmal reingeladen, die ganzen Bildschirme auf meinem Rechner dann abfotografiert, abgefilmt, dann habe ich sogar die Mausbewegung noch nachgemacht, die du gemacht hast. Das war irre aufwendig, dieses Mini-Video zu machen. Das war echt, das war so eins der ersten, oder mit eins der ersten Videos, die wir zusammen, oder was wir hier gemacht haben auf jeden Fall. Und da ist halt ganz klassisch einfach die Bildschirmaufnahme auf meinem Rechner hat einfach verkackt. Aber es lag nicht an deinem Rechner, es ist mir mehrfach schon anders passiert. Also beim großen Mix-Tutorial, was ich mit Vincent Sork aufgenommen habe, da haben wir meinen Screen-Recorder, also so ein Hardware-Gerät, haben wir einfach zwischen seinen Monitor-Ausgang, äh, zwischen den Monitor-Ausgang vom Rechner und seinen Monitor geschaltet, weil der Monitor war immer am Flackern irgendwie. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ist kein Problem, wir haben ja hier ein stabiles Signal. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, dann ist das Bild auch immer an, aus, an, aus, an, aus. Ich glaube, ich habe 14 Tage gebraucht, um nur diesen Bildschirm zu rekonstruieren. Ja, so ähnlich war das ja damals auch, ne? angezeigt, ne? Genau, das stimmt. Die musste ich nachträglich reinbauen. Ja, diese, diese... Wie gesagt, die Mausbewegungen so alle nach... Also, die hinterste Ebene, die war irgendwie da, die DAW war da, aber alles andere nicht, ne? Ich könnte das jetzt technisch erklären, aber das schenke ich mir für unseren DAW-Technik-Nerd-Podcast dann mal irgendwann. Das war wirklich der Hammer. Aber zurück zur Mitte-Seite-Einsatz vom Bugsy-Cube. Ja, genau. Ich wollte total gerne in der Session ein Bugsy-Cube benutzen im Seitensignal in den Höhen. Einfach, das ist ein sehr, sehr weiches Band. Weiches Band heißt quasi eine sehr geringe Güte. Ja. Also der Q-Faktor. Heißt, wenn du jetzt 10 Kilohertz einstellst, dann ist die untere Frequenz, wo der eingreift, wo er dann was dazu oder wegnimmt mit Sicherheit, keine Ahnung, ein Kilohertz oder so. Ja, oder sogar noch weiter. Genau, also das ist ganz, ganz weich und man sagt ihm eben nach, dass er super natürlich und es ist wieder dieses böse Wort, musikalisch klingt. Ja, aber auch unaufdringlich, ne? Ja, genau, unaufdringlich kann man schon sagen. Schamant am Ohr. Klar, ich sag mal, bei 5 dB ist jeder Equalizer im Mastering dann irgendwann auch nicht mehr natürlich und unaufdringlich. Aber es ging halt darum, einfach so ein bisschen mehr Hauch und ein bisschen mehr Brillanz in das Seitensignal zu bringen. Ja, Seitensignal, also alles, was dann eben im Stereo-Feld ist. Ja. Und das mach ich eigentlich total gerne mit dem Bugsy-Cube und hab dann den, der Cobble-Baxter kann ja leider nicht MS. Also die kostenlose Version kann nicht MS. Ja, du könntest es bauen mit der Matrix in Studio One. Aber mit deinem Bauen, da hab ich gar keine Zeit für, fürs Bauen. Also das muss zack drauf. So, also. Damit gibt's den den Channel-Editor doch in Studio One. Ja, und dann immer mit diesem doofen 6 dB da wieder nachher dazu addieren. Ja, jetzt heul doch irgendwie. Okay, also der von Endless Session kann auf jeden Fall MS. Ja, pass auf. Und wenn ich dann möchte, dass man das vorher, nachher, dann muss ich dann immer, ach nee, Leute, das ist mir zu anstrengend. Nix, also. Dangerous Music. Ich besitze hier auch den vom Plugin Alliance. Draufgehauen, der kann mit der Seite. Und hab irgendwie gedacht, nee, ist nicht, war eine gute Idee, aber funktioniert leider nicht, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Man hat ja immer eine Vision. Ja. Packt das Plugin drauf, möchte damit irgendwas erreichen oder das Gerät. Und hab gedacht, ja, nee, hat nicht geklappt. Ist doch so. Schade. So, und bin halt so weiter im Text und hab irgendwie gedacht, ja, aber ich muss irgendwie, ich brauche, brauche dieses Hauchige, ich brauche dieses Offene, diese Offenheit. Ja. Und, ähm, hab dann gedacht, du hast doch von Analog Obsession auch irgendwie so ein wechselnde EQ. Und hab den, äh, mal wieder entstaubt, ja, in der DAW, ja, über den Bildschirm gepustet, den Staub weggepustet. Einmal mit dem Swiffer drüber. Genau. Hab den, äh, geöffnet und, äh, war mir gar nicht so sicher, der kann auch MS. Okay. Ja, und, ähm, hab den draufgepackt. Der hat leicht andere, ähm, Center-Frequenzen, die du auswählen kannst. Und, ähm, siehe da, genau das, was ich dann eben in diesem Moment erreichen wollte, konnte ich mit diesem Plugin machen. Und im direkten Vergleich, äh, musste ich natürlich dann aus wissenschaftlichem Interesse nochmal kurz reinhören. äh, hab dann den, den, äh, Dangerous Music Bug-Secure nochmal reingepackt. gleiches Setting. Soweit das irgendwie ging. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt die gleiche Frequenz gab. Ja. Aber man hat gemerkt, dass tatsächlich bei dem Analog Obsession, so doof wie das jetzt klingt und so, so, äh, einfältig wie das klingt, es war genau dieser Effekt, den man, den man beschreiben würde, eben als Offenheit und als, äh, als 3D. Das kann natürlich einfach viel damit zusammenhängen, ähm, dass, dass da diese Frequenz vielleicht leicht anders, äh, von der, von der Filtergüte gewichtet war, dass eben andere Dinge, äh, betont wurden, als jetzt bei dem anderen Equalizer. Ich hatte aber auch wirklich den Eindruck, dass da, ähm, das Signal generell, ähm, auf eine Art und Weise, machen wir uns nichts vor, es bleibt eine digitale Veränderung des Signals, ne? Trotzdem war genau diese Änderung oder diese faire Änderung war super positiv für den Moment. Ähm, und, ähm, da bin ich wieder so auf das Thema Analog Obsession gekommen. Ja. Ähm, und, äh, ich besitze von denen, irgendwie, glaube ich, oder, was heißt, besitze, habe zwei oder drei Plugins, wo hast, glaube ich, alles runtergeladen, was es gibt. Es ging ja. Es ging ja? Ich habe aber auch Geld dafür gegeben, also so ist es nicht. Ich fand das so großzügig, dass ich gesagt habe, komm hier. Also, ich habe das auch so ein bisschen auf dem Zettel, ähm, da nochmal ein bisschen zu stöbern, einfach mal so, ähm, aus Spaß, äh, da mal, mal zu gucken, was da so gibt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja mal irgendwann im Recording-Blog ein Video, äh, darüber. Wer weiß. Wer weiß. Aber überprüfst du das dann am nächsten Tag nochmal und guckst irgendwie, äh, machst du nicht. Weil ich habe nämlich neulich, ähm, ich erinnerte mich bei, bei Vocals, dass der Vincent im Prinzipalstudio, äh, wenn es mal eben schnell gehen musste, den JJP Vocals von Waves genommen hat. Ja. Also Multi-Effekt, mehr oder weniger. Und ich habe ihn damals gefragt, warum nimmst du den? Ja, und nicht den Chris-Lord-LG-Multiprozessor, also wenn es schnell gehen muss, hast du so Multi-Plug-In, schiebst drei Regler, passt irgendwie so grob, ne? Wenn man fein braucht, kann man später nochmal machen, so. Äh, ich sag, ja, der hat halt nicht den Magic-Schalter. Und dann habe ich, wenn ich jetzt neulich, wenn ich mich noch daran erinnert, habe den so auf die Vocals draufgeschmissen, ah, der Magic-Schalter, habt den reingedreht, das war wirklich Magic, irgendwie so super duper, mach die Session zu, zwei Tage später mache ich die Session wieder auf, höre mir die Vocals an und denke so, Alter, was ist das denn? Da habe ich so viel Magic reingedreht, dass ich erstmal ins Plug-In rein, dann wieder auf die Hälfte zurückgezogen habe. Ich habe in dem Moment vollkommen die Orientierung verloren, war so begeistert von dem Magic-Schalter. Das passiert mir ja grundsätzlich nie. Ne, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber was mich noch interessiert mit dem Backseat-Cue, du hättest ja, also für eine wirklich weiche, lang abfallende Kurve, hättest du jetzt auch ein TDR Nova nehmen können, stellst den auch auf Mitte Seite irgendwie und hättest das 40-Kilohertz-Band nehmen können. Wäre ein Versuch wert gewesen vielleicht oder so? Hast du in dem Moment nicht gemacht? Okay, alles klar. Also gab es keinen Grund dafür. Es gibt ja mehrere, es gibt ja Mark-EQ. Du mal, das Airband, genau. Da gibt es ja auch diese kostenlose Version, Luftikus heißt er ja. Oh, wusste ich gar nicht. Kostenlose Version von dem Mark-EQ4 heißt er, glaube ich. Fresh Air von Slate schafft das nicht da hoch. Doch, klar, auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen auf dem Weg dahin. Aber Fresh Air ist zum Beispiel ja dann auch nicht MS, klar, jetzt kommt wieder der Jonas, Bob, der Jonas, der Baumeister, kann man doch bauen. Natürlich kann man das bauen. Jones, der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Yes, we can. Nein, das war wieder aus. Können wir das schaffen? Yes, we can. Ja, wir schaffen das. Ach so. Du kennst Bob, der Baumeister nicht. Nee. Was wollte ich sagen? Man kann das bauen? Mac BuxiQ create again. Ja. Es ist einfach nur eins von vielen Tools. Ja. Und manchmal bei mir ist das dann so, ich höre gewisse Sachen oder habe eine Vision. Ist das Psychoakustik? Hörst du das in deinem Kopf? Keine Ahnung. Nee, hörst du das in deinem Kopf? Nein, ich höre nicht, wie das dann klingt, sondern ich weiß, wie ich das gerne klingen haben möchte. Und dann ist das bei mir so quasi, da geht dann so ein Menü auf bei mir im Kopf. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ja, und dann, nee, da geht einfach nur ein Menü auf und dann sehe ich Variante 1, Variante 2, Variante 3. Also einfach nur so, ich weiß, ich höre das, denke, BuxiQ. So, und dann denke ich einfach nur, okay, wo ist ein BuxiQ, den mache ich jetzt drauf. Und da musste ich ganz ehrlich zugeben, da ist mir dieser Weg, alleine nur diese MS-Matrix, ist mir schon zu lang, weil ich habe ja andere Möglichkeiten. Ja, außer Frage. Ich meine, klar. Wollte jetzt auch gar nichts drauf umgreiten, aber, ne, sondern es ist einfach so, wie komme ich da hin? Alles klar, okay, packe ich drauf und dann, entweder passt es dann halt oder nicht. Ist ja auch der richtige Weg. Wird keine halbe Stunde gefummelt irgendwie, sondern, ah nee, macht es doch nicht besser. So dieses, ja, da könnte man jetzt noch Situation probieren, draufgemacht, nö, ist kacke. Ja, also einfach ganz stumpf, beurteilen, an, aus, ne, ist nicht besser, weg. Und das ist ja wichtig für den Prozess und das ist ja auch etwas, was du nicht, das kannst du jetzt nicht von heute auf morgen lernen, sondern das ist ja eben dieser, ne, du musst deinen Werkzeugkasten ja schon kennen, genau. Das ist dieser Erfahrungsprozess, deswegen ja auch, ähm, keine Ahnung, tun wir uns ja oft bei der Suche eines, äh, Plug-ins für diese Rubrik, ja, was heißt schwer, äh, schon mittlerweile gibt's ja auch schon, weiß ich nicht wie viele, wie viele Folgen dann mit dem Thema, weil mein Werkzeugkasten ist halt nicht so groß, ne, äh, also deiner ist auch nicht mehr so groß wie früher, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Der reduziert sich über die Zeit, weil man halt ständig die gleichen Moves macht und mit denen es zum Ergebnis kommt, ne, genau, das meine ich ja. Ich muss hin und wieder mal tatsächlich meine alten Videos gucken, um mich mal wieder ein bisschen aufzufrischen und zu sagen, welchen Trick hab ich denn da noch mal gesagt. Es gibt zum Beispiel, fällt mir gerade wieder ein, so ein, so ein, so ein, so ein Andrew Scheps Sidechain-Trick irgendwie so, der ist nicht New York Compression, ist nochmal ein anderer. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie der geht, keine Ahnung, müsste ich, ich weiß, dass der cool war, ne, weil der, man macht ja irgendwie über Phasenverschiebung, Timing, schob der so dicht parallel noch was dazu, dass es irgendwie cooler wurde und eigentlich jeder Mastering-Ingenieur würde sagen, oh Gott, oh Gott, die Phase, alles ist im Arsch, aber du schiebst es dazu und es ist cool. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie der geht, müsste ich nachgucken. Ich meine, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich nachgucken kann, ne? Habt ihr alle übrigens. Aber wenn ihr tatsächlich mal einen Blick in den Werkzeugkasten von unserem Freund Björn Stüter von den goldenen Ohren von Holtweg werfen wollt, wir beiden planen nämlich gerade eine Mastering-Masterclass, in der, in der Björn tatsächlich seinen Werkzeugkasten aufmacht und wir werden den Song nehmen, den wir letztes Jahr mit dem Producer-Network zusammen gemacht haben und mit Jan Löchel zusammen und mit San Cruso, mit unseren Partnerkanälen, mit unseren befreundeten Partnerkanälen, möchte ich sagen, falls ihr die nicht kennt, schon mal reinklicken, Links packe ich mal unten in die Videobeschreibung, Producer-Network, San Cruso und natürlich... Timo natürlich. Ja. Timo Krämer, genau, hat ja mittlerweile seinen eigenen Kanal, genau. Also Timo nehmen wir dann noch mit dazu und natürlich Jan Löchel als fantastischer Sänger, mein Freund Jan aus Münster und wir werden diesen Song nehmen und dann im Rahmen einer Mastering-Masterclass auch dazu alle Infos im Newsletter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, sich im Newsletter vom Recording-Blog einzutragen. Wie gesagt, Link, ich packe es auch nochmal hier unten unter das Video und in die Shownotes rein für alle, die uns nicht sehen, dass ihr euch im Newsletter eintragen könnt und da gibt es dann die Infos, dass es im April eine Masterclass gibt, in der Björn ganz explosiv im kleinen Rahmen hier aus dem Studio seinen Werkzeugkasten aufmacht und einen Master... Und ich werde alles zeigen. Und wir werden alles zeigen. Das Hemd bleibt an, der Rest wird gezeigt. Der Rest wird gezeigt. Keine Hose, kein Problem. Nein. Es wird alles gezeigt. Ganz kompromisslos. Es wird kein Trick. Bleibt es verborgen. Ja, aber wir zeigen eben nicht nur das Wie, sondern wir zeigen auch das Warum. Das ist nämlich sehr interessant. Mein Video nämlich, was diesen Donnerstag rausgekommen ist. Ich glaube, einer der ersten Kommentare war, bei zwei Minuten geht es los, ab sieben Minuten neunfünfzig Zusammenfassung. Wo ich da erstmal gesessen habe und gesagt habe, ja, fantastisch. Warum gebe ich mir eigentlich so viel Mühe, über zehn Minuten das Warum zu erklären, wenn die Leute sich nur für das Wie interessieren? Weil ich finde das Wie ist immer so, klar ist das interessant zu wissen, wie es geht irgendwie, aber ich finde noch interessanter zu wissen das Warum, weil dann weiß ich nämlich auch, wann ich es anwenden muss und wann ich eben zum Bugs-EQ greife und warum und nicht eben, dass es nur eine von tausend Möglichkeiten ist. Da sind wir ja wieder bei dem Werkzeugkasten letzten Endes. Ein guter Handwerker wird niemals, keine Ahnung, drei LKWs voll Werkzeug mitbringen zur Baustelle, weil er die sowieso niemals alle benutzen wird. Und er weiß ganz genau, wenn er zur Baustelle fährt, welche Werkzeuge und welche Werkzeugkoffer oder welche Werkzeuge er in seinen Koffer packt. Weil er natürlich schlau ist, weil wenn er weiß, ich brauche den Vorschlaghammer mit zehn Kilo nicht, dann packe ich den auch nicht ein. Das ist ganz einfach. Und der wird sich, der wird nicht als, wird nicht mit seinem Vorschlaghammer vor einer Sache stehen und denken, kann ich den eventuell irgendwie einsetzen hier? Sondern der weiß ganz genau, dass er den gar nicht erst in Bulli packen muss, den Vorschlaghammer, weil er den nicht braucht heute. Genau. Also deswegen meine Empfehlung meinerseits, gönnt euch diese zehn Minuten bei allen meiner Videos. Wenn sie da sind, auch gerne die 20 Minuten, weil wenn ich das Warum erkläre, da ist noch keiner dümmer von geworden. Ganz im Gegenteil, du kannst viel zielgerichteter danach arbeiten, wenn du nicht nur das Wie, sondern auch das Warum weiß. Und das ist so eine Empfehlung meinerseits, mit der wir im Prinzip diesem Podcast auch fast abschließen können. Wir haben ja Frühling, Sonne. Genau, ich habe auch das T-Shirt schon mit so. Quasi der perfekte Zeitpunkt. Also jetzt nicht zum Angeben, um zu zeigen, wie braun ich bin, für Leute, die uns nur hören. Oh, so im direkten Vergleich ist es ja dann doch ein bisschen dramatisch. Dafür sind meine Schuhe schwarz. Ja, aber Frühling, Sonnenschein, das perfekte Wetter, um die Rollladen runter zu machen und ganz in Ruhe im Studio arbeiten zu können. Weil alle anderen draußen sind und nicht rumnerven, so ungefähr. Oder den Grill anzuschmeißen, mein lieber Freund. Weil der Grill ist eine super Idee fürs Wochenende. Eine fantastische Idee. Ja, das werden wir dann auf jeden Fall machen. Das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen dann wieder. Dann werden wir über weitere tolle Themen hier aus dem Audio-Bereich sprechen, aus unserem Alltag, aus allem, was uns bewegt. Und wenn du Fragen hast, wie gesagt, schreib sie an info at drw-versteher.de. Können wir auf jeden Fall drüber reden. Und dann sehen wir uns dann in zwei Wochen schon wieder an der Seite. Ja, wäre schön, wenn du wieder einschaltest in zwei Wochen, wenn unser lieber Freund, der Jonas, Folgendes sagt. Immer Glück ist Können. Dann lassen wir mal so stehen, oder? Ganz genau. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Yassas. Und schönen Sonntag. Wie mein Freund bei den Schneider immer sagt. Schönen Sonntag. Runter von der Couch, rein auf den Feldweg hier. Gebirg. Einsch ist Luis.